und hiermit herzlich willkommen zurück zu let's play octodad wir müssen immer noch in die cafeteria na wir haben unsere verkleidung verloren nein ouch 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 ich bin noch am just show ist ein alarm aus ok und wir haben den fisch getötet kann ich es da reintun oh gott der arme fisch liebe fisch lebe und zu beahmung ich bin ein oktopus gott ich bin ein kannibaler hier im verlasse den pausenraum muss ich einfach nur hier wieder hier ich kann schon ob der dat macht dich klein macht dich einfach klein man hat nicht hier zur cafeteria machen wir blub 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 b blub kawattin sind mir sowas von egal wo muss ich denn lange glaube ich muss sehr lang The day is gone. Awww, that armor. I guess I'll have another TV dinner. Probably fish sticks. Again. You don't know the first thing about being a sea creature. If you are not going to... Don't shoot them right. Let's shoot them right. Don't shoot them right. Just shoot them right. Just shoot them right. Look at that! Don't shoot them right. Put them right. See you right there. So, jetzt bin ich zufrieden. Ich nehme die Tür einfach mit. Wer weiß, ich brauche die Tür ja noch. Ich habe schon die Tür. Nein, nein, nicht. Okuto Dead ist halt eben zu schwach von der Tür. Ja. Sorge für Chaos. Ok. Wow, buf. So. Hoppala. Oh Gott, die Steuerung macht das, was sie will. Also. Ey, Mann. Komm schon. Ich nehme einfach den Tennisball und werf es da? Nein, Tennisball. Oh Gott, die Steuerung leckt total jetzt gerade. Ich habe schon. Geht doch. Hallöchen, Uppöchen und Tschüss. Hoppala. Hoppala. Noch ein bisschen mehr Chaos. Okay. Aber ich habe doch schon alles gemacht, oder nicht? Ich weiß gar nicht, was sie jetzt noch von mir wollen. Und noch ein bisschen mehr Chaos. Ich habe doch schon alles gemacht, oder nicht? Ich habe doch noch ein bisschen mehr Chaos. Was wollen die von mir? Kann ich hier noch was machen? Oh, Krawatte Oh, ja Lass mich doch jetzt noch meine Krawatte haben, Mann Doch, nur meine Krawatte Dankeschön Ist wirklich Redet mich nicht von der Seite an, wenn ich meine Krawatte suche Lalalalalala, ich hau da mal ab Tschüss Ich hab die zweite Krawatte verpasst Egal Äh Muss ich hier durch Siebe No, no, no No, you not get it He was on the force Let me go That Doesn't make any sense How would he even walk on land? I'll call the police He just does I'm not crazy Clearly I guess you don't know anything after all Well then, we're leaving It's past the kids' bedtimes You not leaving until you understand It's an alien It's dead Nobody else knew Das haben wir ja nicht See, he is Octopus I'm not crazy Awesome Just because you're right doesn't mean you're not crazy So much You have them bekeiled, Octopus But I still caught you down Oh, oh Das ist nicht gut Nein, 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 nein Komm schon, komm schon Irgendwieder hoch Ah Oh, nee Not the bananas Not the bananas Gut gemacht Sonne, Mann Honey, you're okay Thank goodness Hurry, honey I'll give you a boost Oh, hello, chet-tien Oui Die musik Stacy is on the other end of the cafeteria Be careful Nein, will ich nicht Stacy, ich komme Nein, ich bin Runtergeflogen Ich falle runter Okay, das wird jetzt hart Nein, ich Oh, die Steuerung Oh, die Musik ist so episch So, jetzt Mit der Ruhe So So Oh, Gott Die Steuerung ist so was von Nervig Ich 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 Nein 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 Wieso Ich Das Schaffen Oh Never Mind Öffne Ein Weg Für Stacy Bin schon dabei Man Muss Sich nur Besparen Wie man Schaffen So Und Schon Funktioniert Bitteschön Dichte Drei Fischbrunnen Abmachen wir Drei Ich Ich Das Da Da Und Bitteschön Die Die Geige Die Schatz, gib mir jetzt einen Ball. Schatz, gib mir jetzt einen Ball. so und man kann sie so haben wir hierhin warte kurz warte kurz warte kurz prioritäten setzen kommt schon gibt mir die letzten beinahe meint ich sehe schon 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 kein problem kein problem ich will bei kümmere dich um den koch ich schaue mich jetzt erstmal hier um ob hier noch mehr krawatten sind denn ich habe gerade mal die zweite wurde die erste war höchstwahrscheinlich irgendwo da oben also kann es sein dass hier irgendwo noch die dritte verwatte ist ich kann mich auch jetzt nicht mehr so gut umsehen na egal wenn ich im freien spiel alles nachholen wenn ich mal bock dazu habe so können wir uns jetzt erst mal um den koch hier was ist happening right now you really forgive me even for the war your family really loves you i not bother you again so this news will take some getting used to but i was imagining much worse but next time tell me 10 years earlier wait a second if that is an octopus then where did me and stacy come from es ist ja eine berechtigte frage würde ich mal sagen bester daddy der welt so damit so damit hätten wir jetzt in dem sinne die haupt story durchgespielt und ich würde mal sagen ihr könnt die credits genießen oder wegschalten je nachdem was für euch lieber ist und in der nächsten folge macht mir die zwei short episoden noch möchte mal sagen dass das projekt sich so langsam sich dem ende hingegen sehen und wir schauen mal was ich als nächstes bringen werde ob ich vielleicht sogar erst mal pikmin 4 beenden werde wir werden sehen ich bedanke mich jedenfalls schon mal herzlich ich bedanke mich schon mal herzlich zum zuschauen und wir sehen uns das nächste mal wieder bis dahin ich bin 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020